absolut herrlich die luft in dem wald nach dem regen alles noch grün wunderschön ganz versteckt im großbiberauer wald gelegen gibt es einen ort wo ich früher auf war wissen wir schon worum es geht es geht nämlich um eine quelle die hier ist das nennt sich das gesundheitsbrunnen allerdings was wir dann erst später erfahren haben es ist mit der gesundheit von den brunnen nicht so weit her aber es ist ein schöner platz wo man verweilen kann im sommer wenn es sehr sehr warm ist das ist ja immer sehr schön es läuft auch das brunnen sieht ein bisschen verwunschen hier aus mit dem weg und den bäumen erinnert einen so ein bisschen an die tschechei wo es auch so verschluckene pfade gibt schöner platz hier zu stehen die schwingung der bäume zu genießen griffen jetzt auch mal in den beinen wenn man hier steht ja geben wir die halsbeichererische treppe hinunter zum rinnsaal des gesundheitsbrunschens zum rinnsaal des gesundheitsbrunschens zum rinnsaal des gesundheitsbrunschens zum rinnsaal des gesundheitsbrunschens das hat so ein bisschen was meditatives an sich ein bisschen zen zum sonntagmittag aus der zwergenperspektive dann steht hier dieses schild kein trinkwasser und das ist auch durchaus berichtigt weil wir haben dann irgendwann mal hier einen menschen getroffen einen älteren herrn der wohl irgendwas mit dem wasseramt zu tun hatte und die quelle eigentlich kommt aus dieser richtung und diese richtung ist eine stelle wo man früher seinen müll abgeladen hat eine wilde mülldeponie ist hier da liegen kühlschränke und alte autos und batterien und in der tat ist es wirklich so wenn man da hinten in dieses waldstück reingeht und so in der erde rumstörert kann man wirklich alte autoteile entdecken das ist mir ganz verblüfft und da soll das wasser von diesem gesundheitsbrunchen her kommen also schöner platz zum verweilen aber nicht trinken dem schild auf das schild hören der ist ganz klar ein wunderschöner Stein den habe ich in Mildenberg gekauft in so einem antiquidiengaden da haben sie eine Haushaltsauflösung gemacht bei einer alten Dame der ist wie ein Wassertropfen selbst ein wunderschöner ganz klarer Bergkristall also Quellen kann man diese Steine super abwaschen am Gesundheitsbrunchen am Gesundheitsbrunchen am Gesundheitsbrunchen da kommt man also von diesem Waldparkplatz vom Großbibel rauf wo es nach Hahn geht der Weg Nummer 4 und da sieht man hier an diesen Bäumen so eine Bank stehen geht es gerade auch so weiter da steht drauf A1s auf dem Baum da ist auch so ein rotes Quadrat aufgesprüht da sieht man dann Karl-Schuller-Weg da lauft er runter und der erste Weg der dann rechts abgeht das ist der Weg zu dieser schönen Stelle dem Gesundheitsbrunchen wir haben die Quelle da unten mal sauber gemacht das haben wir die überhaupt mal gesehen die war nämlich ganz verdreckt der Hahn war gar nicht mehr sichtbar weil wir uns das so eine Mühe gegeben haben hat dann die Stadt Großwiberau damals den Hahn da die neue Fassung gemacht das haben wir jetzt gesehen mit der Wald ist das ja schon wieder ganz anders das ist ja schon wieder aufgegraben und dann haben wir da immer unseren Grüntee getrunken ich kann mich noch gut daran erinnern dann kommt dieser alte Knopf da an und sagt hey Leute das Wasser würd ich auch nicht trinken und seitdem sind wir da eigentlich auch nicht mehr hin das ist auch ein Platz wo man schöne Steinpilze finden kann wenn dann die Pilzzeit jetzt wieder los geht weiter geht's durch den schönen Ohrenwald an diesem schönen Lufttag und dann hier im Buchenwald haben die Buchen ihre ganzen Bucheckern abgeschmissen da die Bucheckern für die Städte noch mal so als Erinnerung keine Bucheckern mehr drin hier ist vielleicht noch einer drin ne auch nicht mehr das sind alle schon geräubert von den Eichhörnchen im Wald und früher haben da die Leute die mit nach Hause genommen und haben die Gemahlenen und haben davon Kaffee gemacht am Fick oder dazwischen in dieser Zeit Bucheckern Kaffee das liegen die da einfach rum im Herbst auf dem Weg das ist jetzt mal die andere Seite von diesem Gesundheitsbrünchen da unten in den Wald links davon ist das Gesundheitsbrünchen und da rechts davon ist dieser Wald das war damals so vor der Flurbereinigung hat man noch den ganzen Müll und Unrat in diese Hohlen reingeschmissen bevor man das dann zugeschoben hat und um die Flächen zu begradigen hat man das gemacht in der Flurbereinigung und aus dieser Zeit vor der Flurbereinigung stammt diese Mülldeponie da hinten im Wald da weiß heute keiner mehr was davon oder ganz wenige Leute wissen das noch die wurden es doch wissen die sind jetzt alle am sterben oder sind schon gestorben und die nachfolgenden Generationen denken oh was ein schöner Wald aber in Wirklichkeit ist das ganz was anderes eine Altlast für irgendwann einmal ich soll mal zeigen wo das genau ist und dann kommt man da aus dem Wald hinaus und erblickt das neue Schwanstein des Odenwaldes da ist es das Lichtenberger Schloss das Lichtenberger Schloss da ist auch eine super Zinnfiguren Sammlung oben drin so die Zinnfiguren mögen die sind da ganz gut aufgehoben die Odenwaldhöhen und die Neunkirchenerhöhe mit dem Funkfeuer oben drauf da ist es da ist es da ist es wir haben schon von Ferne mit dem Traktor eben gerade gesehen die Waldarbeiter die Holz machen wir haben heiliges Sonntag so jetzt ging es trocken und fußes hin da sieht man noch die Rollierung das ist also auch so ein uralter Weg die hohe Straße ist das hier um das ganz genau zu nehmen deswegen kommt man da auch zum Schloss Lichtenberg und jetzt regnet es ich mache mir lange Beinkleider an jetzt bin ich gut ausgerüstet nach dieser entbehrungsreichen Zeit des Regens ganz im Gegenteil da bin ich auch nicht der Einzige Fahrrad unterwegs ist gibt es natürlich nicht mehr das eigene Motto es gibt nicht das falsche Wetter es gibt nicht mehr die falsche Bekleidung wenn die Bekleidung gut ist dann macht das überhaupt nichts aus kann es regnen, schneiden, stürmen alles kein Problem ja ich genieße diese Luft aus dem Wald raus ich sehe da wieder den schönen Ortsberg vor mir da feuer den 100 Morgen ja die wunderschöne Gegend wo ich wohnen darf zum Glück die ganz anders aussehen die Hardschungen da kommen sie ganz interessiert und weiter auf der Hohen Straße jetzt habe ich mit der Wald die Regenrose schon ausgezogen und bin nochmal auf die andere Seite gefahren da war ich eben, da komme ich her das muss man den anderen Tag nochmal sehen der Otzberg die hohe Straße wo ich jetzt auch wieder bin dann der Hahnkamm dann hier vorne Georgenhausen Rostdorfer Gemarkung da vorne die Moritz mit dem Sendeturm da der Rosberg und dann da Richtung Oberramstadt Ortsrand Oberramstadt die Wolkenbilder heute wieder vom Feinsten das riecht voll die Fantasie an die zwei Köpfe da einer ein Schnabelhaufen die Ohren vorne oben die Augen die Zunge da einer sieht fast aus wie ein Tillybär guckt woanders hin da die Wolkenwand vom Wolkenturm voll die Fantasiegebilde vor der neuen Kirschenhöhe dann haben sich die Waldkunst wieder ein bisschen in den Stand gesetzt dann lässt sie mir ab und zu mal federn wenn ein Tier durchbringt oder so mit den Kindern vielleicht dann spielen da kommen die Leute vorbei und die reden mit einem und sagen oh das hat ja schön machen sie das bloß weiter so da haben wir jetzt auch mal eins kaputt umgerannt vom Getier das baue ich jetzt auch wieder auf so hier ist jetzt richtig der Wirbelwind passiert das ist voll kaputt gegangen naja dann machen wir hier mal einen neuen Waldriesen die Waldriesenkonstruktion fangen alle so an dann ganz schnell solche Gebilde draus und wirklich ehe man es sich so sieht hat man so einen Waldriesen gebaut hier ist der Waldriesen da steht er wieder der macht was her zum Schutz das ist der Schutzgeist für die wo sie sich hier hinsetzen der Sonntag ist das der Sonntag Schutzgeist so das war ein wunderschöner Tag viel gemacht Waldkunst gemacht was erforscht im schönen Wald langgefahren Gesundheitsbrünchen gesehen jetzt fahr ich gerade wieder zurück naja was soll's die Finger sind kalt ich muss trotzdem heim das 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 das